was geht ab man sich weiter und wir haben neue news in global läuft nun nämlich eine neue kampagne die new year campaign und zudem ganz wichtig ultimate gone ist auch online seine stage ist online quasi separat ist wieder zu der stage zum event wird kommen sein banners ebenso online ist genauso gleich wie in jp auch der banner heißt wenn ihr da wissen wollt ob ihr das haben solltet könnt ihr gerne in dem video von mir reinschauen ob wieder zusammen sollte im letzten video ansonsten schon auf jeden fall mal die events an die uns bevorstehen für die happy new year 2018 kampagne und ganz wichtig gesagt ist jetzt schon part 1 hier steht dick und fett dran part 1 heißt logischerweise sollte ein paar zwei folgen aber schauen wir uns mal was uns jetzt im part 1 erwartet nun zuerst sagen sie natürlich ja dass es bei 2018 ist und wir 14 events bekommen werden zudem fürs login im neujahr bekommen wir dann kimono 18 als login boni was wir schon wissen und quasi part 1 das event wird sich rund um alt mit guan drehen er ist der neue charakter eines lokan festivals quasi und das ganze fängt auch mit ihm an alt mit guan ist wie gesagt online sein banner sein event und part 1 new year login boni geht das das ganze geht online am ersten ersten 2018 um ein uhr morgens unserer zeit da werden neue login boni wird kommen und neue special mission zur selben uhrzeit was genau da abgeht wisst du nicht genau beziehungsweise könnt ihr das mit den special missions aus dem letzten video entnehmen was da so abgeht oder auf die busy space steht das ganze dran da ist eine liste könnt ihr gerne mal ruhig rattern und euch angucken was ihr so holen könnt aber wenn das ganze launch haben wir dann quasi die ingame news und wissen ganz genau wie viel wir und was wir bekommen dann zudem werden neue supreme kai's trial neue supreme kai missionen hinzugefügt wir haben auch eine uhrzeit das ist der erste januar 1.1.2018 um 1 uhr morgens unsere zeit werden neue supreme kai's trials hinzugefügt was heißt das für uns das heißt es werden neue supreme kai's zu uns kommen und die potara medaillen um transcendent ultraware vegeto zu holen beziehungsweise den ssr zum transcendent ultraware zu erwecken den urwege to quasi ähm wir haben gestern noch gesehen dass seine daten nur 21 ohrringe bis dato kommen werden wir brauchen ja noch 30 und fürs awakening von vegeto ob da noch mehr hinzugefügt werden oder ob man sie aus dem barbershop eventuell kaufen kann oder durch die login brunde bekommt müssen abwarten kann ich mir aber gut vorstellen ähm soviel dazu erste januar leute 1 uhr morgens könnt ihr dann quasi schon mal die medaillen holen und gewisse weitere supreme kai's zu uns was auch vermuten lässt dass ich wahrscheinlich dass ihr wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehrere beziehungsweise die letzten ähm drei vier noch drei vegetos holen können aus dem barbershop eventuell oder immer step by step ein nach dem anderen wie gesagt da wissen wir dann am ersten januar mehr um 1 uhr morgens zudem kommt dann immer wie zu auch ja quasi bei jedem kategorie da kommt immer ein filler banner so quasi vorsicht ausgedrückt besser gesagt dessen kategorie banner heißt es wird ein hybrid saint kategorie banner kommen das ganze geht am ersten januar 7 uhr 30 online unserer zeit ähm bei dem bern war immer so dass die ersten drei auf dem discount waren 30 stones dreimal 30 stones für multisummen und auch in dem banner sind natürlich gefeatured sind die hybrid saints die kategorie von gohan und ähm alle ellis sind auch in dem banner quasi war bis jetzt immer so und ich glaube nicht dass es sich groß ändern wird weit ergänzt dass der story von trunks wird online kommen am ersten januar 7 uhr 30 zudem werden ab dem ersten januar 1 uhr morgens alle hidden potentials wöchentlich offen sein ist immer gut um aufzufahren wird jeder hat das zu machen und dreifach experience kommt zurück dreifach experience geht ab dem ersten januar 1 uhr morgens los wir sehen wirklich vieles fängt erst ab neujahr an ist ja klasse neujahrers event nur das mit gohan ist quasi schon online dann ganz komischerweise kommt genau der exakt gleiche bänder von kalifler und kail wieder online ich weiß warum ich hätte es eigentlich eher mit kiffler gerechnet aber keine ahnung warum sie das so gemacht haben das ganze geht am 7 januar 7 uhr 30 unserer zeit los sowie dessen story event universe 6 saga sane warrior story event kommt zurück am 12 januar 7 uhr 30 und ein tag banner in dem dann zukünftig allergoku black drin sein wird natürlich nicht gefeatured ähm und das ganze geht auch am 12.11 denn nicht elfen sorry 12 januar natürlich 12 januar 37 online genau ähm quasi soviel zu den news aber leute war auf jeden fall wichtig ist part 1 das ganze ist part 1 part 1 eines neujahres events was mich da hoffen lässt das habe ich auch getwittert das ganze geht quasi bis zum 17 ja unsere zeit 18 januar ab 18 januar sollte dann part 2 kommen ich denke mit einem weiteren dogan festival auf jeden fall jetzt ist die frage was nach gohan kommt eigentlich fehlt noch broly der dreifache ich weiß ob es ihn ganz skippen oder eventuell die nächste kategorie wieder raushauen ich denke das sollte freezer sein angel gold freezer wenn mich alles täuscht wenn ich mich da täuscht könnte ich mich gerne wissen lassen so nach der reihenfolge von jp her aber was worauf ich hinaus für ganz wichtig heißt das am 18 januar quasi okay das geht bis zum 17 2017 vorbei okay wir wissen dogan battle spielt gerne mit zu zahlen und am 18 kommt dann quasi unsere zeit okay also wieder was anderes anyways sei es rum worauf ich hinaus will kommt dann am 18 januar lr vegeto blue warum lassen wir das 18 januar hoffen weil die ingame news von vegeto es ist er vegeto ich weiß nicht ob die noch hier sind eigentlich sollten sie da sein wir wissen dass diese hier wir wissen dass diese ingame news bis zum 18 gehen und normalerweise ist es immer so dass wenn die news raus geht das neue volk beziehungsweise neue state beziehungsweise das event was geteasert wurde kommt ein gutes beispiel zum beispiel ist ähm vor allem dass in global grad äh in global sagt in jp da wurde rosé und ähm vegeto blue angeteasert als die stages kommen die news waren bis 6 uhr 17 online heute und um 6 uhr 17 kamen dann die news heißt nach dem ablauf des teasers und heißt das im prinzip war schon eigentlich spekuliert von mir wirklich schon vorne raus hin hin weg dass mitte januar vegeto blue kommen sollte na klar hat man gehofft zu weihnachten zu weihnachten kam arjun zegoku war auch übertrieben nice wirklich sehr gut der banner was auch noch online ist aber ob da auf jeden fall am 18 januar dann lr vegeto blue kommt müssen wir abwarten ich hoffe es also die anzeichen sind groß weil vor allem auch dieser die news hier ändert beziehungsweise dann eben quasi neue news reinkommen sollte hier steht vegeto ist hier ich hoffe dann nicht dass sie das aufsparen mit dem portal orientieren bis zum 18. januar so dass sie erst ab dem 18. januar den chance ein ultra war raushauen können erwecken können und dann es heißt t u r vegeto ist hier ich hoffe nicht sondern ich hoffe dann dass sie direkt den lr raushauen anyways was hattet ihr von der idee was hattet ihr von meiner spekulation ihr könnt es mich gerne wissen lassen alles klar heute dann das ganze zu den news happy new year quasi campaign ich wünsche euch schöne tage haut rein und wir sehen uns im nächsten video peace dazu